Ihr kennt uns mittlerweile vielleicht schon als Architekturfotografen. Zumindest hoffen wir das. Begonnen haben wir dann vor circa sechs Jahren damals als Quereinsteiger. Wir waren Bauleiter in einer Baufirma. Heute mittlerweile arbeiten wir in Österreich, Deutschland und Polen und fotografieren die schönsten Häuser, schönsten Designs für unsere Kunden. Aber unserer großen Leidenschaft sind wir treu geblieben. Baustellen. Und genau mit dieser Leidenschaft begleiten wir Baufirmen in ganz Österreich und da kommunikieren die spannendsten Momente während der Baubase. Hier entstehen dann nicht nur Baustellenfotos, sondern auch Videos, Zeitraffer und Luftwindaufnahmen. Unsere Berufserfahrung aus der Baubranche hat uns in der Vergangenheit bei der Umsetzung zahlreicher Projekte bereits geholfen. Ganz egal, ob es sich dabei um eine Brückenbaustelle handelt, die Errichtung einer Lärmenschutzwand, der Aufbau eines Hochbaugraums, die Tunnelsanierung am Flughafen Wien, die Zementstabilisierung für die Errichtung eines neuen Rastplatzes oder eines der größten Wohnbauprojekte in Österreich, dem Projekt Dribbel. All diese Projekte und noch viele mehr durften wir in der Vergangenheit für unsere Kunden schon dokumentieren. Und wer weiß, vielleicht sieht man sich hier mal auf jeder Dräster-Left.